Hallo Freunde, ich werde heute mal das Lied in der Weihnachtsbäckerei zum Besten geben. Und da muss ich jetzt ein Kopfhörer setzen, dass ich die Musik höre, damit ich dann meine eigene Interpretation für das Lied darbringe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und es geht jetzt los. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Ich wünsche mir einen Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Lalalalalala Klockenlodonig, Knüppel und Zucker und ein bisschen Zick Lalalalalala 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 Lalalalalalalala 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 Gebt euch immer ein für leckere Reis Fisch mir in den Luft macht mancher Körpflelein Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala In der Weihrein In der Weihrein Lalalalalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalalalalalalalalala Wir hatten den ersten Mann auf den Ofenbläckchen, der irgendwie gespannt. Ja, wir waren. Wir hatten die Reine, das ist weg, wir waren frei. Wir hatten die Reine, das ist weg, wir waren frei. Wir haben die Reine, das ist weg, wir waren frei. In der Reine, 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 in der Reine. So, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann bis demnächst und erfreut euch an meinen Videos und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.